Die Knieaktion so wichtig für die Fektion höchster Versammlung, die ist ganz karakteristisch für den Hofmann, für den Baldi. Und stellvertretend für alle, die hier heute diese Show unter erschwerenden Bedingungen, was das Wetter anbelangt, haben möglich werden lassen, möchte sich jetzt zum Anschluss dieser Darstellung die Präsidentin Petra Willen noch einmal bedanken. Und natürlich möchte auch Dr. Hans Becker hier empfohlen.